Okay, wer will da hinten mit uns reden? Der Dragnat? Natürlich. Gut gemacht, Jäger. Jetzt hast du Zugriff auf neue Waren, wenn du Materialhandel betreibst. Auch meine Kollegen sind mit der Abmachung hochzufrieden. Sie bekommen, was sie wollen und du bekommst, was du willst. So sind alle glücklich. Hehe, zennifachen Dank, zennifachen Dank. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier jetzt? Und Sandberiff gegen Zinogre. Okay, wobei Sandberiff jetzt nicht so mega ist. Ich dachte, da gibt es noch mehr. Vielleicht gibt es noch mehr, bloß wir bekommen es gerade noch nicht. Weil wir dafür die nötigen Sachen noch nicht haben. Keine Ahnung. So, zumindest machen wir jetzt weiter mit dem Iyengaruga. Den würde ich jetzt ganz gerne noch umlegen. Da ist jetzt aber wirklich bloß die Frage, was hat der für eine Schwäche? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Wasser, ich glaube Drache nicht. Ich darf mir jetzt bloß nicht überspringen. Garuga. Tatsächlich Wasser, Wasser und Eis. Okay, dann nehmen wir doch gleich wieder die Wasserwaffe. Die ist da wohl am sinnvollsten. Aquil weglegen müssen wir ja glaube ich gar nicht oder umlegen. Da wir, ja genau, da wir nicht allzu viel verbraucht haben. So, zack. Dämonenmittel behalten wir mal so. Yengaruga kommt im Immerwald. Er macht aber auf jeden Fall Gift. Ich sollte vielleicht mal das ganze andere Zeug wegschmeißen. Das, das, das und das. Nullbären. Er macht Feuer. Können wir mal behalten. Wettsteine, Dungenbomben behalten wir einfach auch mal. Farbbälle nehmen wir mit. Weil er fliegen kann. Ähm, und dann will ich gleich mal eine Falle mitnehmen. Ach, verdammt Fallengeräte. Na gut, kaufen wir uns kurz ein paar. Äh, ich will ihn ganz gerne wieder fangen, weil auch den, auch den brauche ich ja für meine Rüstung. Oh, zum halben Preis. Zählt das auch für Fallengeräte? Wunderbar. Dann kaufen wir doch gleich ein paar mehr. 20 Stück sollten vorerst mal reichen. Genau. Okay. Ähm, haben wir das. Wie gesagt, dann kombinieren wir nochmal kurz eine Falle nach. Eigentlich Beruhigungsbomben sollten wir noch genügend haben. Oh, das Problem ist, dass ich ja glaube ich nicht schlafen kann, oder? Es war ein Blitzkäfer. Wie gesagt, ich hasse das, das, nie Donnerkäfer. Ich hasse das, dass es beide, dass es beide Käfer gibt. So weiß man nie wirklich, welchen Käfer man denn jetzt braucht. Wo sind die Käfer? Ach da. Okay, viele Anwendungsmöglichkeiten ist der, ist der richtige, gut. So. Wie gesagt, falls er keinen Schlafplatz hat, können wir es mal so machen. Energy Drink kann weg. Den Rest haben wir eigentlich soweit. Ja, ich denke schon. Dann essen wir nochmal kurz und dann passt es schon. Dann erlegen wir noch den Yengaruga. Und 1A. Okay. Schauen wir mal. Wäre jetzt natürlich echt schön, wenn wir, ja, wenn wir den dann gescheit erjagen könnten und aus denen dann die richtige Rüstung machen. Ich bin doch sehr gespannt. Ich bin vor allem sehr gespannt, was er dann jetzt so alles drauf kann. Oder was er so drauf hat. Stellvertretende Jagd. Ich denke, wir haben soweit alles. Die neuen Gegengifte reichen hoffentlich auch. In den Außenbezirken von Nondorma soll ein Yengaruga aufgetaucht sein. Ich würde ihm gerne meine Klinge schmecken lassen, aber ich habe Wachendienst. Okay. Ach so stimmt, hier kann man sich ja auch ein bisschen was einteilen. Das ist natürlich gar nicht verkehrt. Nur ein bisschen was mitnehmen. Dafür haben wir hier aber, stimmt, gar keine Möglichkeit, ihn wirklich zu farbballen. Das ist ja das Problem. Da gab es, glaube ich, bloß Fackeln oder sowas. Hier gibt es nochmal was. Oh, und noch mehr Ersteilhilfearzt. Wunderbar. Damit können wir jetzt da einiges durchleben. Na gut. Oh, stimmt ja. Das sind die Sandgebiete jetzt im Highrank. Das ist cool. Ich finde es so cool, diese Gebiete. Diese Sand- und Höhlengebiete. Sind richtig, richtig schön geworden. Der Immerwald normalerweise war ja so ein bisschen standardmäßig, so ein bisschen waldmäßig. Als wirklich diese Höhlen. Echt wunderschön. Davon hätte ich echt gern ein richtiges Gebiet gesehen. So sandige Kristallhöhlen. Das wäre wirklich mal was komplett anderes gewesen. Statt einfach bloß wie eine Wüste oder sowas. Dann wirklich, ja, so eine Kristallhöhle oder sowas. So ein bisschen, ja, außerhalb denken. Nicht so diese Standardsachen. Da war die Hohlsenke ja schon ganz schön. Hallöchen. Da war die Hohlsenke ja eigentlich schon ziemlich schön. Aber die haben sie dann halt wieder Mulkanmulde vermasselt. Ähm. Aber so an sich. Wäre es mal echt schön, da ein bisschen, ja, kreativere Sachen zu sehen. Boah, der ist gar nicht so klein. Der Garuga. Normalerweise sind die ja nicht ganz so groß. Oh Gott. Ich weiß jetzt schon wieder, wieso ich ihn nicht mag. Ja, schauen wir mal, wie wir gegen ihn klarkommen. Wow, was? Wie viel Schaden er einfach macht. Oh Gott. Nein. Ah, wie lange war ich denn verwirrt? Schnell mal hier ein bisschen in Sicherheit gehen. Ich bin so gut wie tot. Wäre ich jetzt verwirrt gewesen, dann wäre ich sicherlich tot gewesen. Wow, wie ich bloß Tränke im ganzen Inventar habe. Nicht da durchbrechen. Gut. Das ist wahrscheinlich bloß eine Gegengift-Tröte. Ne, gar nicht mal. Sehr schön. Können wir nochmal so eine normale erste Hilfearzt reinnehmen. Aber der legt schon ziemlich gut los, muss man sagen. Hahaha. Na, komm mal ein bisschen ran. Reicht das? Ne, leider nicht. So, und schnell weg. Oh Gott. Ich hab leider auch vergessen. Oh nein, au, okay. Also das macht halt viel Verwirrungsschaden. Das ist das Problem. Mit seinem Schnabel. Ja. Das verwirrt ziemlich, ziemlich schnell. Schnell mal da hoch. Und jetzt drauf. Na, also. Schlag Nummer 1 haben wir. Laden wir mal nach. Weil wenn wir da jetzt nochmal drauf kommen. Können wir ihm da auf jeden Fall schon mal gut Schaden machen. Ich würde ganz gern seinen Schnabel auf jeden Fall haben. Natürlich reicht das nicht. Äh, ich würde ganz gern seinen Schnabel auf jeden Fall haben. Sein Kamm ja sicherlich auch. Bei seinem Schweif wird's, wird's schwierig. Weil man da immer noch nicht durchkommt. Ja. Dachte ich mir beinah. Was war das denn? Hat er sich einfach bloß fallen lassen oder was? Oh Gott. Alles klar. Wenn du so kämpfen willst, dann kämpfen wir so. Ach, okay, gut. Wenigstens einmal kurz getroffen. Hätte man zwar... Ja, er lässt sich ziemlich, ziemlich lange fallen. Ach halt, ich hätte ja auch kurz so machen können. Da ich jetzt einfach mal vermute, dass wir gleich auf ihn drauf springen können. Es hält ja auch eine Weile. Dieser Buff. Au, oh, was? Hatte ich vergessen, dass sein Schnabel komplett... Er quatscht sein Schnabel. Sein Schweif komplett vergiftet ist. Ah, ist nicht durchgekommen. Verdammt. Gar nicht gut. Ah Gott. Wow. Du bist echt ein bisschen doof, Yungaruga. Wenn du da nicht getroffen hast. Ach, verdammt. Das wollte ich gar nicht. Wieso ist er denn jetzt hier oben? Nächste Frage. So, danke. Was, das hat nicht getroffen... Oh, gut. Dann mach ich's halt so. Echt, da komm ich jetzt nicht durch? Ach, verdammt nochmal. Ach, Yungaruga. Wieso bist du so gepanzert? Ich hasse das. Ich hasse das einfach. Das ist das Allerschlimmste. Das ist das Allerschlimmste. Oh Gott. Ja, das ist auch so krass. Vor allem er schießt halt nicht wie... Wie eine Rattie an. Irgendwie gezielt. Sondern er kann wirklich... Natürlich. Er kann einfach so übertreiben. Oh Gott. Kann ich jetzt dich bitte mal umwerfen? Woran hängt das denn? Dass ich ihn manchmal einfach nicht... Da bekomme ich dann den... Den... Ja, den Fallangriff. Bekomme aber einfach nicht den Effekt dafür. Und das ist einfach so zufällig, wie das Spiel halt gerade will. So, oh, nö. Du hast gerade alle Möglichkeiten, um ihn so dermaßen umzukombonen. Du bekommst den Buff jetzt gerade mal nicht. Oder den Effekt. Sind wir jetzt mal nicht so. Danke. Meine Güte. Oh, das wird nicht reichen. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank machen sie sich zweimal hintereinander. Huh, das war knapp. Vor allem, wenn er halt gerade Aggro ist. Oh, jetzt ganz schnell beeilen. Ganz schnell beeilen, damit der Buff gerade eben noch ein bisschen wirkt. Wobei, ich will eigentlich gerade ja... Nein, ich wollte das gar nicht. Ich wollte das gar nicht. Ach, verdammt. Buff wäre eh sowieso weg gewesen. Kamera ist gerade ein bisschen merkwürdig. Okay. Sehr schön. Er sabbert schon. Wow. Schnabel haben wir. Wunderbar. Schnabel oder Mähne? Ne, Mähne haben wir. Schnabel ist, glaube ich, nochmal extra. Ach, schade. Aber gut, wir haben auf jeden Fall schon mal... Wir können ja nachschauen. Ja, war die Mähne oder die Ohren halt. Verdammt, jetzt habe ich nicht hingeguckt, wo er hingeflogen ist. Mist. Aber es ist nicht schlimm, wenn er sich auch kurz ausruhen würde, weil... Ich glaube, wir haben ihm trotzdem schon ziemlich gut Schaden gemacht. Da so her. Sehr schön. Ich glaube, wir haben ihm schon ziemlich gut Schaden gemacht. Aber haben noch nicht wirklich alles von ihm zerstört. Schnabel brauchen wir definitiv noch. Und Schweif wäre halt auch super. Nur wenn er gerade aggro ist, kann man eigentlich beides vergessen. Oh Gott. Hör auf damit. Hör auf damit. Es geht mir gerade ziemlich auf die Nerven hier an Garuga. Wow. Die ganze Zeit ansprinden, reinhauen. Ansprinden, reinhauen. Ja, genau das. Aber wenn das sind, kann ich dann immer ein, zwei Schläge auf seinen... Ach. Auf seinen Schnabel reinhauen. Weil wie gesagt, ich glaube, wir sind gerade gar nicht schlecht dabei. Was den Schaden an ihm angeht. Wir haben da ein, zwei gute Kombos rausgehauen. Ich hasse das. Hör auf, aggro zu sein. Und das zu machen. Danke. Nee, doch nicht. Er hört aber auch nicht damit auf. Okay, gut. Wenigstens diesmal nicht. Okay, jetzt ist er... Nee, nicht. Sah ja nicht so aus, als wäre er wieder normal. Dann ist es wieder mit dem Schweif. Oh. Aber er ist wenigstens wieder normal. Obwohl er es immer noch kann. Tröte oder nicht Tröte? Nee, keine Tröte. Okay. Jetzt kommst du mit deiner Tröte. Ich hoffe nicht, dass es eine Gegengifte ist. Danke. Na, komm schon. Ich brauche bloß deinen Schnabel. Dann bin ich schon zufrieden. Dein Schweif, wie gesagt, wäre auch mega. Damit wir ihn wirklich wieder komplett zerstören können. Aber ich habe mal damit keine Hoffnung, so muss man sagen. Weil wirklich alles von ihm zu zerstören, ist echt eine Qual. Voll in die Fresse. Voll in die Fresse. Sehr schön. Das war der Schnabel. Wunderbar. Ich bin mir nicht sicher, ob man den Schnabel nochmal anknacksen kann. Eigentlich aber nicht. Das heißt, wir können uns jetzt ganz gemütlich um den Schweif kümmern. Und dann nochmal kräftig draufhauen. Wenn er dann noch überlebt. Weil es mit dem Schweif, glaube ich, eine halbe Ewigkeit dauern könnte. Aber es ist so angenehm, wenn er wieder normal ist. Den umzuwerfen wäre natürlich auch nochmal super. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig alles hier gerade. Ja, sehr schön. Zusammengezuckt immerhin. Jeder Abprallungsschaden macht ja auch Schaden im Schweif. Normalerweise zumindest sollte es. Okay, jetzt können wir es gerade eh vergessen. Weil jetzt hält er nicht wirklich lange still. Da müsste man jetzt, wenn dann schon, umwerfen. Damit muss ich echt noch klarkommen, dass er den Angriff macht. Das ist irgendwie so eine Sache. Man kann damit gut rechnen, weil das macht es ja wirklich ziemlich früh. Wenn man halt versucht, an ihm vorbeizukommen, dann ist es ein bisschen doof. Dann tut er seinen Schweif so hin und her wackeln. Hat man keine Chance, da irgendwas zu bekommen. Okay, das Gegengift. Sehr schön. Nee, doch nicht. Also wahrscheinlich war es das Gegengift, nur es ist nicht durchgekommen. Oh Gott. Okay, das war auf jeden Fall die große Heilung. Dann nochmal eine kleine hinterher. Wunderbar. Ah, dann nochmal einen Schlag auf den Schweif. Sehr schön. Jeder Schlag zählt gerade. Wie gesagt, ich will gerade eben bloß den Schweif haben. Alles andere ist mir eigentlich gerade egal. Ah, Gott sei Dank ist es wieder normal. So angenehm. Ja, wunderbar. Nochmal einen Treffer. Jeder Treffer zählt gerade. Könnte jeder der Letzte sein. Wunderbar. Das ist sehr, sehr schön. Weil da braucht er ziemlich lange, bis er... Naja, so viel dazu. Ich würde gerade sagen, da braucht er eigentlich ziemlich lange, bis er wieder unten ist. Ist aber nicht wirklich so. Ach, verdammt. Okay. Kann er so gleich kombinieren. Wusste ich jetzt auch nicht. Er ist schon ziemlich häufig aggro. Dafür, dass ich ihm jetzt eigentlich gerade keinen richtigen Schaden mehr mache, sondern bloß auf den Schweif gehe. Wie ich es immer wieder vergesse. Es ist erstaunlich. Da kann ich ihn natürlich auch noch so angreifen. Aber das macht er halt verdammt wunderbar. Sehr schön gemacht, Katze. Gleich mal aufschneiden. Ah, bloß nicht Schubbeer. Aber wir haben... Wir haben ihn auf jeden Fall abgetrennt. Jetzt können wir weiter draufhauen. Wunderbar. Das könnte damit auch beinahe schon das Ende sein. Weil, wie gesagt, er ist schon ziemlich häufig aggro. Und ich denke, er ist auch so ein Monster, dass die schneller aggro werden, je schwächer sie sind. Nein, 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 nein. Wow, Glück gehabt. Ich hätte eigentlich gedacht, das trifft. Hm, war ja zu erwarten. Okay, und er flüchtet. In welche Richtung ist die Frage? Oder verschwindet er einfach? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wenn er im Wald... Okay, er verschwindet. Ich vermute einfach mal wieder zurück ins... Sandgebiet. Ich glaube, in die Höhle geht er nicht. Ja, wunderbar. Dengaruga habe ich doch ziemlich gut raus, würde ich sagen. Okay, er ist sabbat. Wow. Perfekt. Perfekte Gelegenheit. Ich hoffe jetzt einfach bloß, dass er nicht wieder sofort aggro wird. Wie manche Viecher. War ja klar, dass er da wieder runterkommt. Und... Achso, er frisst jetzt gleich Konchu. Das stimmt. Aber noch sabbatar. Sehr schön. Da ihn aus der Luft zu holen, wäre jetzt natürlich auch nochmal eine klasse Sache. Und wir können auch so einfach weiter. So, wund... Oh, gleich nochmal hingelegt. Wunderbar. Da haue ich gleich nochmal die Kombo raus. Wenn er in seinem Arsch nicht gepanzert wäre. Ist echt schlimm. Der... Der Yengaruga... Das war aber schon immer sein Problem. Dass er gar nicht schlecht gepanzert ist. Also, das ist natürlich immer schon sein Vorteil gewesen. Ganz klar. Nur... Das Problem beim Erjagen... Dass er dafür einig, dass er so ein kleines Vieh ist. Das ist schon eine ziemlich dicke Panzerung hat. Ah, Gott. Jetzt tritt er wieder komplett hohl. Das war gerade so angenehm. Hilfe. Wie hat das denn noch getroffen? Ich dachte, unter ihm wären wir da wenigstens sicher. Aber gut, er stampft auch ein bisschen auf. Verstehe ich schon. Wie viel Schaden das macht. Ich bin jetzt so gut wie tot. Oh, toll. Okay. Da nochmal ein kleiner Erste-Hilfe-Arznei. Zack. Sehr schön. Und weiter geht's. Wie gesagt, ich denke ja, dass wir ihn beinahe haben sollten. Das war doof. Machen wir es nochmal so. Ich muss eh nachschärfen. Okay. Kein Thema. Und er ist noch nicht normal. Also nicht wieder... Wow. Was war das denn? Ich bin irgendwie über seinen Fuß. Ach nee. Da war noch eine knappe... Es sah so aus, als wäre ich auf seinen Fuß raufgerannt. Und dann von ihm abgesprungen. Es sah zumindest ziemlich cool aus. Und wenn wir Glück haben, bekommen wir da vielleicht nochmal ein Dings hin. Einen Sprung auf seinen Kopf. Wobei ich es fast schon nicht glaube. Oh, das war verdammt knapp. Und man ist tatsächlich unter ihm sicher. Ganz knapp zwar nur. Oder ziemlich tief bloß. Aber man ist sicher. Okay. Er hält immer noch aus. Wow. Also Garuga, du machst mir echt gerade ein bisschen Probleme. Ups. Okay. Vor allem mit dem Dauer-Aggro. Ist es gerade nicht ganz so einfach. Was? Ach, jetzt hör doch auf damit. Du bist so schön, du vorausschaubar. Wenn du nicht gerade die ganze Zeit auf einem rumhackst. Also wenn er gerade diesen... Ne, nicht den Angriff macht. Den anderen. Aber nicht den. Oh Gott. Er hat es irgendwie kapiert, dass es nicht ganz so gut ist, die ganze Zeit immer den zu machen. Jetzt macht er halt den die ganze Zeit. Er könnte irgendwie auch bloß schwarz und weiß. Oh Gott. Ich hasse das Umdrehen. Es ist immer so ein kurzer Schockmoment mit dem Garuga. Es ist so... Okay, gut. Alles ist ruhig. Zack und weg. Na komm schon. Jetzt wird doch bitte wieder normal. Gar nicht gut. Okay. Jetzt ist er normal. Ne, ist er nicht. Das kam mir so vor, weil er irgendwie länger gebraucht hat zum wieder rausziehen den Schnabel. Oh, sehr schön. Sein Flügel noch kaputt. Und er ist sofort wieder aggro. Das heißt, er ist so gut wie hinüber. Gott sei Dank. Weil das macht an sich... Oder das machen bloß Viecher, die dann wirklich schon halb kaputt sind. Wie schon oft gesagt, der Diablos ist ein ganz gutes Beispiel dabei. Der wirklich nach einem Schlag wieder aggro wird, was er ja gerade auch wurde. Nachdem er dann aggro war. Oder wenn er wieder normal ist, dann nach einem Schlag wieder... Das war verdammt knapp. Hätte mich nämlich voll getroffen. Okay, wunderbar. Sehr schön. Da nochmal... Er macht so komische Geräusche. Aber es wäre jetzt echt langsam schön, wenn du da noch umkippen würdest. Wenn du bloß die Anzeichen dafür machst. Das ist gerade doch ein bisschen anstrengend gegen dich. Meine Güte. Das Vieh hält was aus. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Ach, verdammt. Naja, aber ich bin gut. Ich bin stark gegen Feuer. So, jetzt ist wieder die Frage, wo flüchtest du hin? Oh, wow. Der Kampf geht verdammt lang. Dafür, dass wir ihm eigentlich ganz gut Schaden raushauen. Wir hatten zwar diese kurze Phase, wo wir, ähm, ja eigentlich keinen Schaden gemacht haben. So muss man es ja sagen. Ähm, okay. Er wechselt wirklich bloß zwischen den beiden. Also wir haben ja mal kurz Blues auf seinen Schnabel und seinen Schweif gehauen. Da haben wir natürlich ein bisschen Zeit verloren, ganz klar. Nur, dass er jetzt trotzdem noch so lange aushält, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, wa, was? Dann zeig doch an, dass du schwach bist. Ach. Du, doofes Vieh, du. Aber das war das letzte Mal auch schon so. Das heißt, ich muss wirklich danach gucken, wenn er Daueraggro ist. Okay. Ich hätte ja jetzt locker versuchen können, ihn zu fangen, aber ich... Er hat keine Anzeichen dafür gemacht und so gar keine. Na gut. Haben wir ihn auf jeden Fall erlegt. War auch eine ganz gute Jagd, das definitiv. Wie gesagt, wir haben ihn eigentlich komplett zerstört. Seinen Rücken könnten wir vielleicht. Und hier seinen rechten Flügel. Haben wir nicht. Das sind also so die zwei Sachen, die wir theoretisch nicht haben. Aber es ist verdammt schwierig, ein Monster, der sehr, sehr viele Stellen hat, komplett zu zerstören. Ähnlich wie beim Gravios. Beim Gravios kann man ja zweimal die Brust, den Schweif, beide Flügel und den Rücken zerstören. Und das alles in einer Quest ist fast unmöglich, das zu machen. Da müsste man wirklich mit Anfangswaffen draufhauen, weil man ansonsten viel zu viel Schaden macht. Und das mit dem Draufspringen ist ja auch so eine Sache, die mehr schlecht als recht funktioniert. Aber gut. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir kommen auf jeden Fall auch ein paar gute Sachen. Rückenpanzer, Rückenpanzer, ein Höllenbeutel wieder. Gut. Schadet eigentlich nie, den zu haben. Eine Ohrmuschel. Und ein Flügel. Okay. Und nochmal eine Mähne. Das passt also. Wir haben mal so ein grobes, oder so ein Grund, so ein paar Grundsachen bekommen von ihm. Er ist also vielleicht schon mal gar nicht schlecht. Und er war ein bisschen größer. Habe ich aber auch gesagt, dass er recht groß war. War nicht der kleinste Garuga. Wie gesagt, dafür, dass die Viecher eigentlich ja recht klein sind. So wie der Kutku zum Beispiel. War er schon ziemlich groß. Also ich würde sagen, knapp an der Dings vorbei. Knapp an der Silberkrone. Alles werden wir dann irgendwann mal sehen. So, ja, ja. Mach keinen Panik. Stadtwache. Nun. Hast du ihn gesehen? Den Janganaruga? Du hast? Wundervoll. Bitte erzähl, wie er so war. Ja. Mhm. Mhm. Ohrenbetäubendes Brüllen, sagst du? Ein giftiger Schweif. Faszinierend. Hört sich furchterregend an. Als ich ihn mir, äh, hört sich furchterregend an, als ich ihn mir jemals vorgestellt habe. Hoffentlich habe ich eines Tages das Glück, die Bestie mit eigenen Augen zu sehen. Falls du die Bestie erneut triffst, dann erzähl mir davon, ja. Ist die Questus eben noch da? Bitte, 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 bitte. Es wäre so schön. Eine Garuga-Rüstung wäre so toll. Ich will sie haben. Ja, wunderbar, sie ist noch da. Oh, schön. Wundervunderschön. Dann können wir jetzt wirklich eine Mix-Rüstung aus Azurathalos und Janganaruga machen. Das freut mich sehr. Gut, aber damit würde ich auch sagen, war es das erste Mal mit Monster Hunter 4 Ultimate. Das nächste Mal machen wir dann weiter mit dem Brachial-Tigrex. Genau, mit dem Tigrex, der schon ziemlich heftig klingt, weil so ein normaler Tigrex ist ja schon ziemlich brachial. Und wenn jetzt der noch dazu kommt, dann wird es keine angenehme Sache, glaube ich. Werden wir dann aber sehen. Und ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also dann, ciao.